Kurzer Disclaimer, in diesem Video wird nicht gespielt und wir klären, warum ich zum Beispiel lange Zeit keinen Fortschritt gemacht habe, obwohl ich stundenlang aus solchen Büchern geübt habe und ja, was kannst du besser machen, wie kannst du dein Spiel optimieren? Die Frage kam nämlich auf Facebook, wo jemand gefragt hat, ja, ich habe viele einzelne Bausteine zum Lernen, die ich nach und nach abarbeite und die ich teilweise schon sehr gut umsetzen kann, aber irgendwie fehlt der Zusammenhang, es dreht sich alles im Kreis, ich komme lange Zeit einfach nicht weiter. Gehen wir es Step by Step durch, warum wollen wir überhaupt Gitarre spielen lernen? Ich schätze, es gibt drei Möglichkeiten, entweder mal Lieblingssongs nachspielen, mit anderen Musikern spielen oder eben selber Songs schreiben und in weiterer Folge auch recorden. Ich schätze, das sind die Ziele von den meisten, beziehungsweise bauen sie sich so nach und nach auf. Am Anfang will man einfach mal Lieblingssongs nachspielen können, verständlich. Ich habe zum Beispiel viele Jahre lang mit solchen Büchern geübt, also ich konnte Tabs lesen, Tabulatur lesen und habe viel nach Songbooks gespielt, wollte Songs nachspielen, ganz klar wie jeder am Anfang und im Prinzip war es ein Malen nach Zahlen und dieses Malen nach Zahlen ist zwar eine Zeit lang cool, weil man kann Songs nachspielen, man kann die Tabs spielen, aber letztendlich, wenn man mit anderen Musikern spielen will oder mal selber improvisieren will, dann fällt einem kaum was ein und das ist ein wichtiger Punkt, den wir besprechen müssen. Wie so häufig kam die Frage, habt ihr vielleicht irgendwie eine Roadmap oder ein Mindmap, wie man am besten üben sollte? Und ja, haben wir und richtig gute Lehrer haben das ebenfalls. Zum Beispiel unser Rock und Metal Basiskurs, der einem klaren Konzept folgt, wie du am besten Step by Step lernen solltest. Soll aber jetzt nicht nur Eigenwerbung sein, denn es gibt durchaus auch Lehrer, die ebenfalls ein super Konzept entwickeln können. Wichtig ist, du kannst am Anfang vor lauter Informationsüberfluss einfach nicht unterscheiden. Soll ich jetzt das in der Reihenfolge lernen? Soll ich mich mit Skalen, mit Pentatonik beschäftigen? Soll ich jetzt eher an Rhythmik lernen? Oder soll ich Melodien nachspielen? Soll ich vielleicht irgendwelche Songbooks nehmen und nachspielen? Zum Beispiel wie so ein Songbook von Led Zeppelin in diesem Fall, dass man zum Beispiel schon Tabulatur lesen kann, Tabs lesen und einfach damit startet, Songs nachzuspielen. Ist durchaus legitim, jedoch wirst du nie richtig verstehen, warum wird das so gespielt oder wie kann ich diese ganzen Solos, Riffs und Licks auch in meinem Spiel nutzen, wenn ich zum Beispiel nicht wie in diesem Fall exakt wie Jimmy Page alles nachspielen möchte, sondern dass man selber eben Ideen bekommt. Wie geht man da am besten vor? Es gibt so einige Punkte, die du nach und nach lernen solltest und zwar gleichzeitig und das in einer sinnvollen Reihenfolge. Ich habe mir die Punkte aufgeschrieben. Das sind große Blöcke, ich würde mal sagen Rhythmik, Theorie, Akkorde und Akkordfolgen, Melodien und Licks, Riffs, Techniken wie zum Beispiel Alternate, Picking, Legato oder Tapping, Skalen, also Tonleitern und ihre Griffmuster dazu, Improvisation, wie du damit nach und nach starten kannst, dass du das ganze Wissen selber nutzt und anwendest, direkt improvisieren über Backendtracks oder zu Songs oder eigene Songs schreiben und natürlich Songs auch nachspielen und analysieren, warum das Ganze so gemacht wurde. Und da ist das Problem, es ist nicht so, dass man diese Information nirgendwo findet, denn Internet ist voll damit, Bücherregale sind voll damit. Wichtig ist, wie kann man diesen ganzen Informationsüberfluss am besten verarbeiten und wie geht man Schritt für Schritt vor. Und das ist der Punkt, an dem es meistens scheitert. Und was unterscheidet jetzt Schüler, die wirklich rasch weiterkommen, von Gitarrenschülern, die vielleicht auch schon eineinhalb Jahre spielen, aber sich denken, boah, da geht zu wenig weiter. Und das ist eben die Struktur, die du in diese genannten großen Punkte reinbringen musst. Selber ist es sehr schwierig, dass man sich das erarbeiten kann. Zumindest braucht man die Hilfe von einem guten Lehrer, wenn man wirklich rasch weiterkommen will. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich habe kein Problem, ist ein Hobby. Wenn ich jetzt fünf oder zehn Jahre einfach so dahin klimpere, ist es okay. Und es gibt auch keinen Grund, der dagegen spricht. Wenn du sagst, ich will jetzt richtig rasch weiterkommen und ich will zum Beispiel in zwölf Monaten mal wirkliche Fortschritte sehen. Man sieht zum Beispiel immer wieder junge asiatische Gitarristen, wo man sich denkt, Wahnsinn, der ist 15 Jahre und der kann mehr oder weniger schon alles von John Petrucci nachspielen oder so. Haben wir alle schon mal online gesehen. Wichtig ist eben dieser Plan. Und wenn du sehr, sehr rasch weiterkommen willst, hast du einen guten Lehrer, der dir diesen Plan entwickeln kann. Der sagen kann, okay, kein Problem, wir lernen in diesen und jenen Schritten. Du wirst am Anfang nicht verstehen, warum empfiehlt jetzt der Lehrer, dass ich zum Beispiel jetzt Skalen in dieser Form lernen sollte und Griffmuster. Und warum kommt jetzt ein Teil aus Improvisation und warum kommt wieder ein Teil Rhythmik. Das wirst du am Anfang nicht verstehen. Denn da ist es wichtig, dass du Vertrauen hast zu dieser Quelle, wo du lernst und dann kommst du wirklich rasch weiter. Wenn du weißt, okay, da gibt es Schüler, die haben sehr rasch Fortschritt gemacht, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Weil dann weiß man, okay, das Konzept von dem Lehrer scheint zu funktionieren und daran sollte man sich im Idealfall halten, wenn man wirklich rasch weiterkommen will. Wie gesagt, spricht nichts dagegen, wenn man sagt, ich habe Zeit, kein Problem, ich lerne jetzt vielleicht alles kostenlos auf YouTube oder so. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Nur wenn du wirklich sehr, sehr rasch weiterkommen willst, brauchst du eben irgendwie ein Step-by-Step-System, das wirklich funktioniert. Wo du schon siehst, okay, nach ein, zwei Monaten, es bewegt sich wirklich was. Ja, wenn du kompletter Einsteiger bist, dann check den Link in der Videobeschreibung. Dort geht es zu unserer zehnteiligen kostenlosen Videoserie. Und da wirst du schon sehen, dass du alles Schritt für Schritt lernst. Wenn du so Fragen hast, schreibe uns gerne, kontaktiere uns gerne oder steige auch in den Rock- und Metal-Basis-Kurs ein, wenn du möchtest. Wichtig ist nur, dass dir klar ist, dass du ein Konzept brauchst, wenn du sehr, sehr rasch weiterkommen willst. Du kannst natürlich versuchen, das selber zu erarbeiten oder auch mit einem guten Lehrer darüber sprechen. Nur wichtig ist ein Fahrplan, wo man weiß, okay, darauf kann ich mich verlassen und den setze ich um. Und ich schaue mir das Ganze mal zum Beispiel drei Monate an und nach den drei Monaten evaluiere ich, komme ich jetzt wirklich weiter oder drehe ich mich irgendwie im Kreis, schaue ich von einem YouTube-Video zum nächsten und es bewegt sich nichts. Dann solltest du handeln, wenn du wirklich rasch weiterkommen willst. Wie gesagt, check den Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Rock on! Rock on!